yo leute willkommen zurück bei wwe 2k 23 ja beim letzten mal haben wir bei justin aufgehört und sie hat etwas mit dem tafisch gesagt dass wir zu den nxc uk fliegen müssen so was sagst du? bist du bereit zu gehen über das pond und sehen, ob du wieder zurückkommst als wwe-royalty? ja magamia 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 zu kommen ich habe echt nerven zu dem turnier zu kommen für das sich ausgewählt wurde ausgewählt sagt das mal bett sport spartan steht da ja wer ist best spartan jemand den du dir lieber nicht zum feind gemacht hättest okay ist das bei phoenix hat die zusammen okay meine die ist immer noch nicht mit uns fertig meinte so da ist habe ich ne alte gar nicht leute wir sehen gar nicht aus wie unsere tante ok wir riechen so wie sie meint er ja wir sind wir freuen uns dass wir hier sind thank you and thank you so much for helping make this happen tavish that was nothing love i owe your art a favor or two and a fair bit of money if i'm being honest but that's neither here nor there since i'm helping coordinate the tournament it was no skin off my back to get you in and everyone's absolutely chuffed your ear really because i got a message from zelena about someone named beth spartan not best spotter das ist so wir wollten niemanden den platz wegnehmen hallo now 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 you didn't know really i don't think it would have gone to beth anyway but turns out that people kind of think you used your aunt's connections to get a shot at the crown which fair play to them is pretty much exactly what happened so you're saying i've got a target on my back yeah i wouldn't say a target love just uh mark a scorn maybe but keep your head on your face you're facing sonia deville first and she's not a huge fan of nepotism i see sonia deville well 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 you're lucky that i'm not running this tournament we're all lucky you're not running this tournament because then you just figure out a way to give yourself the crown and we'd have always the trip that's them at least every contestant would deserve to be here i had nothing to do with that and i had no idea that anyone was getting bumped for me but now that i'm here i plan on proving i belong whatever i guess it's up to me to send you back home because that's where you belong yeah yeah good luck with that sonia not really too much so now you'll be able to see what i've added for signature and stuff i've changed some things oh i forgot to change egal diesen shooting star wenn jemand auf dem boden liegt das hab ich vergessen zu ändern egal soll das dann bleiben dann kommt sonia deville und wir skippen sie okay die kommt am stick wir müssen die nur besiegen jetzt hab ich euch aufgepasst das hab ich gern gemacht auf dem boden facebreaker warling tumble facebreaker walling tumble facebreaker gen footlets č die Der Kerrwana war das, an dem es gut war. No fear, absolute reckless abandon, so take things into the ring Come here Sonja Don't let him Boom, head kick connects Why are they trying to kill me all the time? Let's do a signature or something I wanted to show the signature Yeah, dumb with the bad attack Oh man ey, with their weird moves the whole time in the ring or in the ring Okay Leute, with the signature I don't know I have to see how it works Jetzt So Ach so, benommen an den Seilen Wie geht das nochmal? So und dann L1, ja Ja, jetzt hab den Kopf doch ey Ich muss jetzt verarschen Okay, das war hier Signature Das war knapp, hab der's kurz nicht gesiegt hab Ja, sonst verliere ich, ne? Jetzt konnte ich nicht kontern Ach so, Scheiß Jetzt will ich den Fincher einsetzen Ja, egal, wir haben den Widerstand Wenn das passieren sollte Wie geht das mit dem Finisher? Das will ich auch noch gucken Ich hab nen neuen Finisher Okay Okay Ja, aber daneben Okay, das wollte ich nicht Und den Finisher einsetzen Egal, dann machen wir den Finisher andersrum Komm So geht's alles So geht's alles Das haben die aber gut gemacht Ich mach das mit vielen Möglichkeiten Mit dem Finisher Früher konnte man das nicht Zu dem Seilen rennen Und dann Was machen Nach einer Runde Besser gesagt Nach erst Also Runde eins Greifen noch Vier Frauen nach der Krone Heute Abend Bei NXT UK Tritt Selina Vega Gegen Tomb Raider an Nur Eine kann Ihren Traum Am Leben halten So Selina sagt Ich habe Doch schon mal gewonnen Oder Also mach ich das wieder Schritt eins Den Müll rausbringen Ach du Scheiße Wir werden sehen wer hier Müll ist So, es geht natürlich weiter Reden mit Tavish Nice Und Du hast mir noch Nichts Du hast mir gedacht Du hast mir angerufen Die Frau Du hast mir gesagt Du hast mir gedacht Du hast mir gedacht Ich habe mich Schrozen Du hast mir gesagt My point is, some people might suggest you strike first and take Beth out before she can be a factor. Some people or you? Me? No, I would never suggest something so underhanded. I like to play things with a straight bat. But some people, maybe those not involved in the tournament and who wouldn't be worried about accusations of favoritism. Would have different ideas. After you got me an entry, I think we're past all that already. But for argument's sake, would these some people suggest I, what, ambush her backstage before the match? Yeah, something like that. Now, some blokes might say it's unnecessary and you'd be putting a bigger target on your back, but I say you do what you must to win. You mean the some people suggesting I attack her, say that? Right, right. Not me. Obviously. I'm giving myself a bit of an headache. I need to lie down. So, do you know what you're gonna do? Natürlich ehrlich kämpfen. I don't see a need to stoop to Zelina's level. I can take on her and anyone she wants to bring out to intimidate me. I'll play it straight. And when she loses her shot at the crown tonight, at least she'll have a friend to console her. I loved a conference. Go make it happen. Ja, Geschichte fortsetzen. Wir haben noch Zeit. War das klar, das jetzt wieder so lange. So, endlich. Und jetzt ging Selina Vega um die Krone zu kämpfen. Das ist Best Spartan? Okay, ich dachte, das ist Best Spartan. Das ist doch lieber nicht. Doch, ich sehe nicht. Okay. Oh nein, wenn wir verlieren. Oh, bitte nicht. Alles umsonst gekämpft, oder was? Ja, kann sein, Leute. Ich weiß es nicht. Vielleicht jemand hilft uns ja gleich. Okay, jetzt passiert was. Ich habe es schon gewürfen, Leute. Die kämpfen natürlich unfair, ne? Okay, ich darf sie besiegen, das ist gut. Was will diese Best Spartan eine geben, ne? Okay, dann geht's. Oh, was ein Torwart Klum. Oh, ein Impressive counter. Oh, ein nice Bulldog. Sie sehen, dass sie die Vorteile hier haben. Ja, sie hat nicht gegeben, dass sie eine Repriebe hat. Sie hat unsteady Legs in der Körner. Sie braucht es zu recover. Okay, sie gekontert. What the fuck? Yo, was konnte ich jetzt machen? Obwohl ich gedrückt habe. Jetzt habe ich wieder gedrückt. Jetzt klappt ja. So, ich will jetzt den Signature einsetzen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Boah, ey. Klappt immer nicht, ne? Nur am Konter, ne? Jetzt haben wir wieder so ein Signature, dass das wieder his Konter hat. Jetzt hat hier Online-Dings gekontert. Oh, was ist das denn? So Drachenslayer, ne? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Okay. Boah, was? Ey, der Joystick hat mich gedrückt. Was für ein Scheiß. Oh, Leute, ich mach das jetzt so. Wenn ich jetzt die Aufgabe so gemacht hab, dass ich die noch gewinnen sollte, dann sehen wir uns dann gleich da wieder. Was ist das für ein Scheiß, ey. Ich hab die ganze Zeit gedrückt. Ich drück das nicht. So, Leute, da bin ich wieder. Jetzt geht das weiter. Das hat alles schon getriggert. Habt ihr ein bisschen auf. Das ist ausgesetzt. So, ich versuch das jetzt nochmal. Oh, ich hab meinen anderen geknopft gedrückt. Ich wollte L1, aber ich hab R2 gemacht. Also R1 sag ich da. So. Ey, das nervt, ey. Wirklich, Leute, das ist so nervig. Kann ja nicht sein, dass sie die ganze Zeit wieder das kontert, ey. Nächstes Mal weiß ich Bescheid, was ich machen muss. Wir haben gleich Finisher. Den kontert die auch gleich, bestimmt. Komm rein, wir müssen hin. Oder wir spielen. Oder wir spielen. Oder wir spielen. Irgendwann rein. Ey, willst du mich verarschen? Ich wollte die sowieso nicht bringen. Fuck ja. Ja, jetzt macht die erst bei mir. Das ist ein Scheiß. Das war's. Daneben. Oh, das war's. Ey. Die hat wirklich Rope Break eingesetzt. Hä? Habt ihr das gesehen? Ich hab die gepackt. Hast du nicht. Oh, ich bin nicht mal. Okay, daneben. Was für ein Scheiß. Wir haben gleich wieder Signature. Also, jetzt versuche ich das noch mal. Boah, Alter. Hat die den Mut auch, oder was? Ja, jetzt konnte ich da noch mal ein Konter haben. Wollen Sie zu haschen? Wollen Sie zu haschen? Kann ich mal jetzt mein Signature einsetzen? Einmal, wenn's geht. Quickly, so. Mein Signature, aber nicht. Leute. Das dauert mir viel zu lange, ja. Ich hab die im Konter. Erstmal kriegst du hier, hier, benommen. Hier, bist du jetzt benommen. Und jetzt, kann ich jetzt mein Signature einsetzen. Meine Fresse. So geht das nur. So, und das war's. Warum ist das so nervig, ey? Ich will das jetzt ordentlich ändern. Wenn das beim nächsten Match genau so ist, dass jeder das Konter hat, dann muss ich das wieder wechseln. Wechseln. Ja. Den Signature. Dann ist es ja auch Ges subscribers. Wir wissen alle, dass du keine Chance auf die Krone verdient hast. Ich werde verhindern, dass du sie nach Hause bringst. Das ist noch nicht vorbei. Ach nicht? Ich glaube aber, ich habe dich gerade besiegt. Ja, das haben wir Leute. Und das war es auch mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt. WWE 2K23 Ciao Leute.